Ich habe gerade eben die Erklärungen von der Kollegin Nahles, der SPD-Bundestagsfraktion, gesehen und bin einigermaßen überrascht, zu sagen, Frau Merkel trägt die Verantwortung, eine Regierung zu bilden und sich selber dann zu verweigern. Ich finde, wer nicht bereit ist, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen, obwohl er bei einer Bundestagswahl angetreten ist, Verantwortung zu übernehmen, der sollte jetzt im Augenblick auch lieber schweigen. Es ist schade, dass dem so ist und deswegen kann ich nur auch die Vermutung äußern, dass wir auf dem Weg zu Neuwahlen sind, was die Menschen eigentlich gar nicht wollen. Und wir werden selbstverständlich die Gespräche noch führen, aber nach dem, was die SPD-Fraktion erklärt hat, widersetzt sie sich ausdrücklich dem Wunsch des Bundespräsidenten, hier in dieser Frage Verantwortung zu übernehmen.